Herr Bürgermeister, im Rahmen unserer Schwerpunktsendung aus Spielberg dürfen wir auch bei Ihnen zu Gast sein. Was macht eigentlich Spielberg lebenswert? Ach, ich denke, da gibt es viele Dinge, die Spielberg auszeichnen und lebenswert machen. Wir sind, glaube ich, eine sehr kinder- und jugendfreundliche Gemeinde. Wir haben tolle Infrastruktur, auch was Schulen und Kindergärten betrifft. Wir sind eine sehr begehrte Wohngemeinde. Ich denke, wir haben auch genug Freiflächen, wir haben genug Freizeiterholungsraum und ich glaube, das Gesamtpaket macht es dann aus, dass Spielberg lebenswert ist. Spielberg hat sich aber in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten auch als Wirtschaftsfaktor der Region entwickelt, oder? Ich würde sagen, Spielberg ist der Treibendefaktor in der Region Murtal. Wir haben natürlich das Glück mit Projekt Spielberg, mit dem Red Bull Ring, mit den tollen Veranstaltungen, die natürlich viel Tourismus bringen, natürlich auch Wertschöpfung in die Region und das wirkt sich aus und Spielberg an sich ist auch eine interessante und attraktive Standortgemeinde für Wirtschaftsbetriebe, für Unternehmerinnen und Unternehmer, zeigt der Ausbau der Firma KPG Sattler und in naher Zukunft wird man weiteres Positives hören über Betriebsansiedelung in unserer Gemeinde. Wir haben in unserer letzten Sendung auch berichtet, Kultur ist Spielberg, Spielberg ist Kultur. Wie gelingt es einem eigentlich über so lange Zeit ein so hochwertiges kulturelles Programm auf die Beine zu stellen? Das ist eine gute Frage. Eigentlich müssten wir hier den Rudi Weisenbacher haben, der diese Frage beantwortet. Er ist eigentlich die treibende Kraft dahinter, dass wir seit mehr als zwei Jahrzehnten wirklich der Hotspot in unserer Region sind, was Kultur betrifft. Er hat sich ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut von Künstlern und Managern. Nur so ist es möglich, glaube ich, so tolle Veranstaltungen in unserer Kultur im Zentrum zu bringen. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, der Tourismus ist ein ganz wichtiger Faktor. Wie hat sich das in den letzten zehn Jahren so entwickelt? Ja, das ist auch wieder stark im Zusammenhang natürlich mit dem Red Bull Ring und mit den Veranstaltungen am Red Bull Ring. Seit 2011, seit der Wiedereröffnung des Ringes, sind die Benächtigungszahlen natürlich stark steigend, was man natürlich auch merkt. Viele neue Beherberger sind dazukommen, viele haben ausgebaut, saniert. Aber auch abseits der Veranstaltungen am Red Bull Ring tut sich vieles. Unser Tourismusverband am Spielberg leistet ja wirklich ausgezeichnete Arbeit, auch zwischen den Großveranstaltungen unseren Gästen ein tolles Programm zu bieten. Eigentlich alles positive Prognosen. Wohin wird sich die Stadt entwickeln? Was sind Ihre Visionen für Ihre Stadt? Ich denke, Spielberg soll sich dahingehend entwickeln, dass die Leute, die hier wohnen, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die in unserer Stadt ihre Betriebe haben, die sollen sich wohlfühlen, die sollen sich gut aufgehoben fühlen, die sollen sich mit der Gemeinde identifizieren und alle, die neu dazukommen, die sind natürlich herzlich willkommen. Wir wollen auch in Zukunft eine Wohlfühl-Gemeinde sein. Danke sehr. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020